Da ist auch noch ein Stützer. Was? Oh, ich sehe noch diesen Sturm. Ganz oben auch. Seh ich nicht. Unten drunter ist ein Nest, sehe ich. Ja. Das ist ein Eppelutscher. Ich glaube, das könnte ein Storchnest sein, unten drunter. Ja, ist es auch. Man will sich was im Nest. Mama, guck mal. Ich werde es mal versuchen näher heranzuholen. Ja, da ist ein Storchnest. Da ist ein Storchnest. Da ist ein Storchnest. Ich wusste gar nicht, dass sie Nester gebaut haben. Die Storchnest. Ich habe gar nicht darauf geachtet, ehrlich gesagt. Du hast hier drauf geachtet, richtig? Die Storchnest gebaut haben, richtig, Mama? Ja. War das schön für dich im Anblick? Ja. Sind das Weißstörche oder Schwarzstörche? Schwarze. Schwarze? Nein, Weiß, Leute. Schwarz-Weiß gibt es auch. Schwarz-Weiße Störche, okay. Ich setze mich rein. Es ist viel zu kalt aus. Zieh die Jacke an. Ich habe keine Jacke an. Wenn wir es sind, ruft über dich, okay? Mama, du musst draußen auf mich aufpassen. Stell dich an der Balkontür hin, okay? Auf offen, okay? Ja, ja. Wenn Störches gebaut wird, das ist ein schöner Anblick, ne? Ja, selten mit den Störchen, sehr selten. Das machen die doch nur oben auf dem Kamin, ne? Warum die doch auch ihre Nester? Mhm. Richtig? Die Störche bauen ihre Nester auch auf dem Kamin, oder? Mama, guck mal, das sind lenticulares Wolken. Ja. Die Erbo muss den Tag sagen, bis dann. Meine Kollegin krank war, die müsste einsprennen dafür. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die nächste sage. Keine Ahnung. Ich muss noch mal nach dem Elfer singen. Ich dachte, die müssen dann den Bericht machen, wenn ich fertig bin. Ich bin sechsmal der Breitkopf, ich brauche den Link. Ich würde schon noch hinger da ran, ich meine. Immer kriege ich meine Ergo? Ja, wenn der eine da immer in die Puschen kommt. Übersachbar nicht. Ich habe nur gesagt, keinen Namen genommen. Wieso sind die... Wieso sind die Wolken immer noch feuerrot? Wieso sind die Wolken immer noch feuerrot? Wieso sind die Wolken immer noch? Wieso sind die Wolken immer noch? Ich habe kein Interesse für die Zürcher. warum hast du nie bescheid gegeben, dass ich die Störche aufgenommen habe, weißt du das, die Störche aufgenommen? Ja, sie hat sie jetzt gesehen. Aber zu spät, sie sind schon im Nest dran, haja, haja. Ja und, dafür siehst du jeden Tag. Ich seh jeden Tag keine Störche, tut mir leid. Na Mama? Jeder seh ich keine Störche. Ein schönes, großes Auto steht da vorne. Komm mal her Baba, guck mal, bis du es anschaust, es ist richtig schön und toll. Ich will mich in dem Auto gefangen halten. Ma, ich bin hier. 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 Mom, soll ich den Untergang anschauen mit mir? Du auch? Mom, komm beide. Uhu, die beide kommen. Ja. Soll ich den Untergang anschauen. Du wolltest zusammen gucken. Ich bin hier noch da. Links muss den Regenburg gucken. Wow. Links muss den Regenburg gucken. Das war die Wolke. Ah, die Wolke, die so komisch aussieht. Lenticularis oder was das ist? Oben am Amsel auf dem Dach, oben am Amsel auf dem Dach, gucken. Ich komme am Köchefett nicht dran, wie oft den Nachbarn. Mal. Und wie lange musst du dann? Seit Wochen? Ja, das ist mir auch schon passiert. Ich bin hier. Ich bin hier. Ist Darmsel auf dem Dach beim Maul? Nein. Wenn du dann mal wiederkommst, kannst du mich immer die Tauschenfeller bringen, ne? Ohne, ja? Ja, dann ist es runter, weil die kann man nicht mehr drauf sitzen oder daneben. Mama, das ist kein Storstech, das ist einfach nur ein Teil vom Stromnast. Der muss der Kuh hoogt. Komm mal, komm mal, komm. Guck mal da. Ja, das sind, äh, weiß ich nicht, äh, sag du mal was, Mama, komm, sag mal was. Junge, guck mal her, da ist ein Abendbrot zu sehen. Ein Abendbrot ist zu sehen, guck mal her. Ist nicht schlimm, aber komm mal her, ich will es dir zeigen, bitte. Leute, komm mal her, bitte. Die machen da hinten chillen Menschen, guck mal. Die machen da hinten chillen Menschen, Mama, guck mal. Da sind zwei Ufo-Wolken, guck mal. Die hier, ne? Wollen die untere, die mit dieser Spitze dran. Die auch, ne? Die zwei da hinten, ich weiß. Ja, Treppenwolken. Der Sonnenuntergang war auch schön, ne? Der Sonnenuntergang war auch schön, ne? Hallo, Junge, der Sonnenuntergang war auch schön, ne? Ja. Der Sonnenuntergang war auch schön, ne? Ja. Der Sonnenuntergang war auch schön, ne? Da sind wir hier vorne, guck mal her. Da sind wir hier vorne, guck mal her. Da sind wir hier vorne und auf dieser Ecke sitzen. Aber ist nichts, ist leer. Komm, so gut, guck mal, guck mal, da siehst du das da. Da ist es nicht. Ich habe heute keine Fall gesehen. Weiß ich nicht mehr, kann ich ja. Da sitzt eine Amsel im Baum. Ja, siehst du? Hier vorne, direkt in dem Baum, ganz oben drin. Ich habe heute nur Kraniche gesehen, weil keine Falken habe ich nicht gesehen. Die Hälfte sieht interessant aus. Wir haben sogar so eine kleine Hälfte gesehen. Die Hälfte habe ich auch schon mal gesehen. Das ist doch schön, ne? Die Hälfte. Du kannst dich auch gerne bei WhatsApp anschreiben. Ja. Okay, machst du es bitte? Meine beiden Nummern, die ich habe, okay? Ich habe zwei Nummern. Ja, die ist orange-rot, könnte ein UFO sein, ne? Ich bin hier vorne, diese komische, graue. Außerirdisch, ne? Sieht voll komisch aus. Vor allem, dass sie gar nicht mehr weg geht, ne? Dieser hier, hier vorne. Sieht voll komisch aus. Was ist das denn hier? Sieht aus wie aus dem Schornscheine. Guck mal, vorne sieht aus den Schornsteinen. Äh, ich kann die Wolke, die sehe, die er meint. Diese komische, die hier vorne rumfließt. Diese komische Graue hier. Da ist die Schornsteinwolke. Kommt aus dem Schornstein. Jetzt haben wir ein Schiff gesammelt. Ein Schlachtschiff. Hier kommen Lotenformationen hin. Das ist die Hände. Mama, guck mal, da oben ist ein Steak am Himmel. Guck mal, da ist eine Schere am Himmel. Da oben. Wo ist die Schere? Da oben. Da ist eine Schere am Himmel. Habe ich nicht gesehen. Mit diesen zwei Zacken, die so sind. Mist. Habe ich... Nein, meine Zehe. Meine Zehe. Nein. Nein. Magnesium. Hast du schon? Darf ich dir nicht mitgeben? Mit Ohrmann am Tag. Die machen da nicht ein Zellermädchen. Aufpassen. Lass doch. Lass doch. Lass doch. Haben wir früher auch gemacht. Aber ich finde das alles geht. Du musst mich halten, Baba. Ich kippe weg. Halt mich bitte. Ich kippe weg. Dankeschön. Ihr schubsen. Na, tu nicht schubsen. Ich will mich nur so an dich schubsen. Ist eine Feuerwolke da. Ist das ein Feuer? Da muss auch eine Feuerwehr rufen. Ja, hier sind doch die zwei UFO Wolken. Die sehen aus wie ein U-Boot. Unten hat sie das Teil vom U-Boot. Guck mal. Nein, hier ist doch kein U-Boot. Da hinten sind UFO Wolken. Ja. Guck mal nicht hier. Was war das? Ja, Wahnsinn. Aber das hier, was ist das hier? Guck mal, das hier. Weiß ich nicht. Ist das ein U? Ein U? Das sind aber verschiedene Gesüchte, ne? Jeden Tag. Die liefern sogar Sonntags, ne? Cool, wa? Und jetzt bereits ein U. Da ist das hier. Wer will für mich am Küchenfenster aufnehmen, den Himmel? Oh, okay, schade, egal. Wenus, Wenus-Stern, Jupiter-Stern und Nebula und Sirius. Was denn? Ja, die große hier, die vorne steht, und rechts auch diese kurvische Schwabellige, ne? Guck mal, da hinten ist ein Vulkomotzer Guttel. Wohl, guck mal zur Guttel, da kann ich den näher ranzuhnen, guck mal. Wohl, 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 wohl. Wohl, 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 w So. Wo ist meine Mutter? Kann ich bitte kommen? Ich habe Angst. Hier wieder Turmfalken. Kommst du bitte raus, bitte? Komm bitte, René, bitte. Wollte keinen Namen sagen, aber egal. Komm bitte. Kommst du jetzt bitte? Der Himmel wird rot. Komm bitte, komm mal schnell. Komm mal schnell, der Himmel wird rot. Mama, Mama. Der Himmel wird rot. Der eine auch kommt. René. Wenn er jetzt hier die Jacke ankommt. Was? Nicht wachen, sonst lachen die Jungs über uns. Nicht wachen. René, nicht wachen. René, mach das nicht. Die Jungs lachen über uns. Die Jungs. Ich kreie. Ich sehe sie. Ach, die ist weg. Tut mir leid. Ich höre einen Turmfalk. Ich weiß aber nicht, wo der sitzt. Ich habe Angst, dass er in meiner Nähe sitzt. René, ganz da hinten ist willkommen zur Gurtel. Guck mal. Ja, hab schon gesehen. Du Levant. Jetzt geht's. Wenn der Wind nicht da ist, dann geht's. Wiedern! Oh dankeschön! Danke! Gürtel, Gürtel, Trottel, Gürtel, Trottel. Auto? Ich bin jetzt komplett bis oben nützt, jetzt muss ich mal auf. Da siehst du, komm, ja, da muss ich mal aufstehen. Ja, was ist schon los, jetzt muss ich jetzt ein bisschen betragen. Tja, leider, ist cool. Jo, das ist ja gut. So, ja. So, für die Uhr. So, wo ist es? Sehr gut, die ist das. Sehr gut, die ist das. Sehr gut, die. 1881. Ja, stimmt. Ja, ich bin jetzt mal auf. Ja. 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 Die fahren nicht mit der Bahn, ne? Nein, obwohl hier auch die Bahn. Die wird voll sein, vor allem die ganzen Baustellen. Ja, ich mach mir jetzt nur noch socken. Auf Wiedersehen, ne? Auf Wiedersehen. Ich würde dich vermissen. Ja, ich bin da auch. Ich bin da auch auf der Welt. Ja, ich bin da auch auf der Kurve. Kannst du gerne machen. Mama, kannst du bei mir bleiben bitte? Wir können gar nicht zur Tür, okay? Mama, 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 Mama. Mama, 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 Mama. Warte. Ich habe dir nicht wehgetan. Musik oder ohne. Kann er mit dem Auto nach uns hochkommen, der jetzt unten parken tut? Frag ihn mal. Immer dein Schnäuzchen weg. Frag ihn mal. Frag ihn mal. Frag ihn mal. Frag ihn mal. Ja. Jetzt nicht reinreden, okay? Willst du auch ein Foto machen, meine Schwester wenigstens? Nein. Okay. Kannst du für mich nachher die Sterne aufnehmen? Nein, ich habe wegen Speicher. Du hast mir den gefallen, bitte. Kann ich nicht wegen Speicher. Du bist auch reichlich belohnt von mir. Es geht nicht wegen meinen Speicher. Bitte, ich frage dich. Es geht nicht wegen meinen Speicher. Es geht nicht. Er will nicht. Wenigstens der Venus-Stern, Sternbild-Uro-Syrus-Stern, bitte. Und der Mars-Stern. Danke. Es tut mir leid, was ich heute gemacht habe. Aber, verzeihst du mich bitte? Ich habe dich was gefragt. Ja. Es tut mir leid. Ich bin so sauer, wirkt dem Verarsche. Ich bin nicht mehr. Wir können mich in den Hohel lecken oder wie das heißt. Ich bin in König Kolb, in den Kegol. Interessiert mich nicht. Ich bin in die BZ, König Kolb. Interessiert mich nicht. Die Wolken bluten, Mama. Sie hat sich verletzt. Aua, aua. Ich habe gesagt, dass ich zu Küchenwitz hingehe. Ich habe euch vor Gespräch gehalten. Okay. Okay. Du bist meine Mutter. Du bist meine Mutter. Du wirst still, ich bin im Moment sehr viel. Du hast jetzt die Leute auch raus, was dir blockiert, rausgelöscht und gemeldet. Nein, wir haben mit dir nichts zu tun, wir haben die dann so. Verarschen. Verarschen. Hintergang. Beleidigung. Ich habe deinen Hinterkopf gesehen. So, die verblassen jetzt die Wolken. Maha. Jetzt geht's los. Genau, da vorne ist rot. Oh Gott, die Wolken bluten auch schon da vorne. Die bluten sehr richtig stark. Mal gucken, mal gucken, Wolkenblut, ne? Wo siehst du die Venus? Du gehst nach rechts, guckst über die graue Wolke und da ist die Venus. Das war das ist vorsichtig. Ja, der ne will. Und das ist danníb, der nennt, dass wir dann wegziehen. Als übrigens noch etwas wach cancelled. Und dann ist's heutz. Und das ist mir auch zu stiff, und desse traf, sind wir zu überleben. Jetzt gucke ich mal, wo die schöne Venus sitzt, so, da muss ich mal so machen, pass auf, pass auf, was ich jetzt mache, da bist du, mein Sonnenschein. Du bist die hübsche Venus, ne? Ich bin die Venus. Nein, du Amsel, dich gibt's nicht mehr. Keine Amsel mehr, gar nicht, aber ich muss dir dich hier kratzen, ein bisschen verhör, ja? So, so ist es schon viel besser, mein Sonnenschein. So siehst du schon viel besser aus, ich hab da Lichtverquenz verhört, jetzt schreit es da auch für heller, mein Sonnenschein, was sind das da für hässliche Wolken, Regenwolken? Ja. Und du bist auch sehr hübsch, Venus, da oben, ich will dich als Stern behalten, in mein Zimmer. Die ist auf dem Dach, das geht mir auf die Nerven, guck mal nach, Mama, guck mal nach, bitte. Sag dich, die ist auf dem Dach. Guck nach, Mama, guck nach, bitte. Die ist auf dem Dach, bitte. Die ist auf dem Dach, bitte. Die ist auf dem Dach, mach Kuckuck. Ach, mein Fingernagel ist so selten. Ich kann mein Fingernagel die von der Kamera nicht wegmachen, das ist blöd. Die ist weg, die ist nicht mehr da. Die ist weg, die ist nicht mehr da. Nein. Nein, nein.